Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal möchte ich mich den guten Wünschen und dem Dank an die ausscheidenden Kolleginnen anschließen. Liebe Bärbel Hönig, ich sage es mit Respekt vor Ihrer Arbeit, ich bin sicher, dass Sie hier mehr Spuren hinterlassen werden als den von Ihnen initiierten Bundestagsbienenstock. Alles Gute weiterhin. Der Honig ist exzellent und wir werden weiter daraus saugen können. Ich will deshalb auch ganz bewusst, weil es mehrfach angesprochen wurde, diese fraktionsübergreifenden Gemeinsamkeiten und den Konsens, den wir in vielen Fragen haben, zu Beginn meiner Rede stellen, weil es genauso ist, wie auch schon die Anja Weisgerber betont hat. Ja, wir haben in diesem Haus hier einen breiten Konsens darüber, was für eine große Herausforderung, was für eine große Bedrohung der Klimawandel ist. Klimawandel ist eine der großen Bedrohungen unserer Zeit im globalen Maßstab, der viele Menschen in ihren Lebensgrundlagen bedroht, wo es um die Veränderung unserer Welt, wo es um unsere Lebensgrundlagen tatsächlich geht. Und deshalb haben wir allen Grund, gemeinsam dafür zu ringen, dass wir hinkommen zu Klimaschutz und für uns Christdemokraten geht es dabei auch um die Bewahrung der Schöpfung. Und deshalb halten wir das für ein ganz wichtiges Ziel, hinter dem wir in großer Geschlossenheit in CDU, in CSU und in unserer gemeinsamen Fraktion stehen. Und deshalb ist es uns auch in besonderer Weise wichtig gewesen, dass wir das Klimaabkommen erreicht haben. Es gibt auch da, wie ich finde, eine große Kontinuität im Eintreten unterschiedlicher Bundesregierungen, unterschiedlicher Farben. Und es war wichtig und richtig und ein Durchbruch, dass es gelungen ist, im Jahr 2015 in Paris das Weltklimaabkommen zu erreichen. Und jetzt muss es darum gehen, das konsequent umzusetzen in allen Ländern und es damit zum Erfolg zu machen und so den Klimaschutz gemeinsam voranzubringen. Und deshalb eint uns auch die Ablehnung und eigentlich die Empörung über den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der quasi mit einem Federstrich sagt, wir steigen jetzt da aus, wir machen nicht mehr mit, mit America first und nach mir die Sintflut und Klimaschutz den anderen überlassen möchte. Das können wir nicht akzeptieren. Und deshalb ist es unsere Haltung und deshalb unterstützen wir die Bundesregierung darin, jetzt alle zu überzeugen, zu sammeln, zu bestärken, die dieses Abkommen unterschrieben haben, in dem UN-Format, aber auch in Vorbereitung des G20-Gipfels in Hamburg. Wir brauchen hier ein klares, starkes Signal für den Klimaschutz. Die Bundesregierung arbeitet dafür und dafür hat sie die Unterstützung, ich glaube, des ganzen Hauses. Und selbstverständlich stellen wir uns in Diskussion, was heißt das in Deutschland? Ich würde Ihnen widersprechen wollen, Frau Höhn, wenn Sie sagen, wir müssen endlich beginnen, Klimaschutz zu machen. Das wird, wie ich finde, unserer Klimapolitik nicht gerecht. Es wird übrigens ja auch Ihrer eigenen Regierungszeit nicht gerecht. Deutschland hat längst begonnen. Deutschland gehört hier zu den prägenden Kräften. Deutschland gehört zu den Vorreiterkräften. Und jetzt gilt es, darauf aufzubauen und das, was wir auf den Weg gebracht haben in dieser Legislaturperiode in den nächsten Jahren, konsequent umzusetzen. Und ich will ganz ausdrücklich anknüpfen an die Bundesumweltministerin, auch an Anja Weisgerber, die beiden den Klimaschutzplan 2050 genannt haben. Das ist die Grundlage für unser Bemühen und Bestreben in den nächsten Jahren. Und deshalb müssen wir in den Themen Kohle, bei Verkehr, bei Landwirtschaft, bei Energieeffizienz und Wärme jetzt konsequent vorangehen. Und ja, ich halte es auch für richtig und notwendig, dass wir da eine Schippe drauflegen, dass wir alles versuchen, diesen Prozess zu beschleunigen. Wir dürfen nicht warten. Wir müssen hier engagiert und konsequent vorangehen. Und deshalb halte ich es auch für notwendig, dass wir den Kohleausstieg angehen, dass wir so, wie es dort verabredet ist, diese Kommission sofort in der nächsten Legislaturperiode einsetzen und mit den Beteiligten zu einem Ergebnis kommen, wie wir unter Berücksichtigung der Strukturfragen in den Regionen, unter Berücksichtigung der Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, schrittweise aus der Kohle aussteigen und schrittweise damit den Umbau zu einer dekarbonisierten Energiewirtschaft schaffen. Das ist notwendig. Und ohne das wird es überhaupt gar nicht gehen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir den Verkehrssektor in den Blick nehmen müssen. Und bin da allerdings anderer Meinung als die Kollegin Leidig. Ich glaube, wir sollten das nicht allzu sehr gegeneinander ausspielen. Natürlich brauchen wir den Ausbau von Schiene. Wir brauchen aber auch den Ausbau der Straße, weil Stau kein Beitrag zum Klimaschutz ist und wo wir deshalb Stauschwerpunkte haben. Und gerade im ländlichen Raum brauchen wir neben dem Ausbau von Schienen auch Straßen. Wir brauchen nur eben umweltfreundliche Autos, die auf diesen Straßen fahren. Und deshalb unterstützen wir die Bemühungen, die die Bundesregierung ja schon angestoßen hat im Bereich des nationalen Aktionsplans Elektromobilität, Elektroautos, Ökostrom als Benzin von morgen. Das ist unser Ziel. Das müssen wir auf die Straße bringen. Da muss es auch noch schneller gehen. Aber da ist ja vieles auf den Weg gebracht worden, auf das man jetzt aufbauen kann. Unsere Antwort sind ja nicht die Verbote und Befristungen, die die Grünen jetzt beschlossen haben. Das ist ja übrigens auch nicht die Meinung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, sondern unsere Meinung ist, dass man auch da mit allen Beteiligten, auch gemeinsam mit der Automobilindustrie, mit der Forschung, hier alles dafür tut, dass das Auto der Zukunft, das Ökoauto der Zukunft made in Deutschland ist und wir es dann in alle Welt exportieren und wir so aber auch einen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase in unserem Land machen. Letzte Bemerkung. Ich bin sehr dankbar, dass die Bundeskanzlerin in dieser Woche angekündigt hat, ja, wir wollen einen neuen Versuch unternehmen, um die steuerliche Förderung der Gebäudesanierung auf den Weg zu bringen. Wir haben es hier ja schon beschlossen im Bundestag. Wir im Bundestag haben es beschlossen. Es ist an den Ländern gescheitert und am Bundesrat. Jetzt machen wir einen neuen Anlauf. In NRW, habe ich gesehen, steht es im Koalitionsvertrag drin. Die wollen das jetzt auch unterstützen, in vielen anderen Ländern auch. Und dann sollte es doch eine Chance geben. Das müssen wir schaffen. Sonst werden wir der Verantwortung, die wir hier für Klimaschutz haben und der besonderen Bedeutung, die Energieeffizienz dabei hat, nicht gerecht. Es gibt also viel zu tun. Und ich freue mich mit der Leidenschaft, die ja bei allen hier zum Ausdruck gekommen ist, daran mit Ihnen gemeinsam weiterzuarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Andreas Jung. Nächste Rednerin Heike Hänsel für Die Linke. Vielen Dank. Vielen Dank.